Das war kein Bier, das ist eine Flasche Spezies. Ja sicher. Oh, wir fahren in Team. Ach, der ist ja normal. Issy oder was anderes. Ja, Issy. Das ist der Mini-Verschnitt. Ja, aber Auto ist egal. Ich meine, da soll jeder das nehmen, was er will. Okay, ich habe keine Ahnung, was die anderen sind. Panto und Rhapsody. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich nehme mit dem Rhapsody. Ah, mal gucken, wann gleich das Gescheier losgeht. Ich glaube, das ist so ein riesiges... Oh Gott, das war eine Scheiß-Idee. Ich hätte den Issy nehmen sollen. Ja. Ich habe den Smart-Verschnitt, das kann aber nicht wahr sein. Ja, mal gucken. Ah, den Panto? Mal gucken, wann gleich das Gescheier losgeht. Oh, ne Ah! Geil! Oh, Mann. Oh. Ja, danke. Jetzt hänge ich mich mir fest. Oh, ja, ich bin tot. Oh. Du lässt mich hier mit der Mini-Piscala alleine? Hast du denn den Arzt offen? Guck mal, nein. Er hat uns hier fixiert, kann man was machen. Dein Auto ist so klein. Dein Auto ist so klein. Da können wir ja nicht gar nicht treffen. Ne, es passt super in die Ritzen rein. Ich hätte da noch das Auto nehmen sollen, scheiße. Hey Beck, ich glaube, das verlieren wir. Ja, macht nix. Scheiße. Das ist ja im Leben, das ist so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja. Ist das drei von sechs? Haben wir vergessen, eine neue Folge zu machen? Oder ist das so gewollt? Ne, wir haben eine neue Folge gemacht. Okay, ich habe die Ansage gemacht vorhin. Ja. Aber das müsste eigentlich zwei von sechs sein, da gebe ich dem Shadow vollkommen recht, weil wir haben doch gerade mit Stormy's Rennen angefangen, oder? Ne, er hat mir nicht davor noch was. Ah, ja, wir sind auch, wie wir schon merken, schon länger in der neuen Folge, und zwar seit Sumo. Ja, wir haben nämlich geschnitten, ohne uns zu verabschieden, und ohne euch zu begrüßen. Ja. Oh, ich bin Schweine. Danke. Noi. Ha 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 ha, was du gerne alles alleine machen möchtest, aber ich muss mich doch nicht dabei runter. Herr Hilf mal! Mach da doch. Ich bin raus. Warte, ihr seht alle. Ja, ich bin tot, und erstelle auch. Oh, das ist voll anstrengend. Das war kackenknapp. Was war da knapp? Ja, 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 genau das. Gut gemacht. Das ist keine Ahnung, wie knapp du gerade über den Ritz geschwebt hast, mit einem Reifen schon drunten, sozusagen. Äh, okay, ich hatte, glaube ich, mal zwei Runden eingestellt. Das finde ich gut. Ja. Ja, ich auch. Das Schiff hatten aber, glaube ich, noch gar nicht. Yeah, gewonnen. Ich bin ja auch hinten gelangweilt, mit meinem Panda-Auge. Also wir hatten eigentlich schon immer nur, wo man ganz am Rand runterfallen kann, nicht mittendrin. Ja, das war verkürzt, so schön. Dann dürfte ich jetzt auf ein Rennen kommen. Stimmt. Yeah, yeah, yeah. In der Playlist, in dieser Playlist habe ich so immer erst ein Event da ein Rennen. Pass auch mal. Solange es nicht Dr. Dragon Balls ist. Und zwar Sweet Walls, ein Punkt zu Punkt Rennen. Mal gucken, wie lange das dauert. Zu Not haben wir einfach mal eine Folge, die ein bisschen kürzer ist, aber bei 14 Kilometern wird das schon ein bisschen dauern. Ich glaube, die... Ich meine, dass ich die schon mal hatte. In meinen... Echt? Okay. Das kannst du ja eigentlich immer ganz gut sehen, wenn da steht noch nicht bewertet oder bewertet. Das stimmt bei mir nicht. Ich nehme eine ungetunte Barti. Ich überlege gerade, was ich wohl nehme. Irgendwas, was sich gut lenken lässt vielleicht. Sturm zu. Oder nehme ich... Ich versuche es echt mal mit der Sanchez. Vielleicht ist die hier für so komische Sachen geeignet. Bei so Mischungen aus Sand und Straße habe ich irgendwann mal festgestellt, sind die Rennmaschinen tatsächlich besser als die Crossmaschinen. Ah ja. Ich glaube, die hatten wir schon. Aber die wurde mir nicht... Also ich habe keine Map... Ich habe extra nachgeguckt. Du siehst ja nur die, die du... Oh Gott, du, Wahnsinniger. Nein, kannst du umstellen. Ach so, okay. Du siehst ja nur die schon als markiert, die du mal selber in der Playlist hatte, wenn du dir welche runterlädst. Wenn ich die drin hatte, dann kannst du halt nicht wissen. Aber man kann es doch daran ermessen, ob man sie schon bewertet hat oder nicht. Das steht doch drunter. Echt? Ja, ja, das steht dabei. Das wird noch nicht bewertet. Oder bewertet. Dann habe ich da wahrscheinlich, weil normalerweise bewerte ich eigentlich immer. Weil wenn man sie noch nicht bewertet hat, dann hat man sie unter Umständen wahrscheinlich auch noch nicht gespielt. Au, 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 au. Link, rechts. Ihr seid irgendwie alle schneller als ich. Ja, und? Ich verstehe nicht, warum ich schäme nicht. Oh, verdammt. Ich bin rausgeschmissen worden aus dem... von den blöden Dingern. Ja, geil. Ich bin die Latte ausgewichen, aber dann ist ein Vorschläger geflogen. Stormy ist erster, oder? Ja, aktuell nicht mehr. Kacke. Aber nicht mehr lange. Müsstet eigentlich gleich an mir vorbeischießen. Ja, da seid ihr schon. Na ja, gut. Nicht lange. Dann hat man Spaß da unten. Ja, ich bin auch mal runter. Das sah es, das sah es, schön aus. Nein, wer braucht denn sowas? Aua. Gott, diese Strecken sind manchmal so assi. Da ist ja meine noch harmlos dagegen gewesen, ey. Ja, ich habe auch geschlossen. Schön. Die Tür? Äh, nee, zu euch. Und nach unten. Boah, leckt mich am Arsch. Nein. Ich bin runtergefallen. Oh, Alter, scheiße. Ich bin direkt nochmal runtergefallen. Das ist nicht schön. Ich bin auch auf die Straße. Jetzt habe ich Shadow wieder direkt vor mir. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann höre ich ja, wenn irgendwas... Oh, ey, wer hat denn diese Kack-Fußball hier hingemacht? Ich war's nicht. Der Beckenbauer. Äh, Alter, was? Äh, der Beckenbauer. Achso, ja. Hallo, Becken. Tschüss. Hallo. Kacke. Ja, die Musik habe ich einholt. Gott, war das gerade knapp, ey. Äh, was ist das hier? Bunt. Vor allem bunt. Äh, bäh, bäh. Scheiße. Nein. So ein schöner zweiter Platz. Ja, hatte ich auch mal. Ich bin vierter. Ich erinnere mich, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das gespielt haben. Ich kenne das Ende. Letzte oder auch vorletzte Playlist muss das gewesen sein. Ja, das ist echt noch nicht lange her. Ja, wie gesagt, normalerweise werde ich eigentlich alle Strecken. Wie habe ich scheinbar vergessen zu bewerten? Nicht drängeln. Aber es glaubt mir eigentlich sehr gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, weil das ist natürlich jetzt wieder ein Grund mehr, wirklich immer eine Bewertung abzugeben. Ach ja, doch, stimmt. Jetzt würde ich auch sagen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, sowas hier, das kannte ich bisher echt nur von einer einzigen Karte. Das ist noch nicht so lange her, dass wir die gemacht haben. Hier habe ich mein aller, 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 allererstes eigenes Rennen gebaut. Das war aber mit Schiffen, oder? Mit was? Mit Schiffen? Nee, mit Autos. War das Monster Trucks, oder? Ja, genau so was. Ja, wird so wahrscheinlich Unterfolger 100 gewesen sein. Auch schon zweieinhalb Jahre her. Da war ich noch jung. Das sieht, das sieht schlimmer aus. Mach das nicht. Und diesmal denken wir dran und verabschieden uns und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.